Guten Tag, mein Name ist Claudio Reif. Ich mache die Lehre aus der Cycleliste bei Altola in Olten. Und ich zeige euch jetzt, was ich so mache. Altola ist die Tochterfirma der Vigier. Sie wird 150 Jahre alt. Zu meinen alltäglichen Arbeiten gehören Waren anzunehmen, sie zu beurteilen und sie weiterzuverarbeiten. Altola hat mehrere Standorte, die sich auf Sonderabfälle spezialisiert haben. Hier in Suchville sind wir bei der Holzverarbeitung. Mit dem Pneulader stosse ich das Holz auf einen Haufen, damit es den Kollegen besser nehmen kann. Ich konnte einen Bubentraumer füllen und arbeite sehr viel mit grossen Maschinen. Im Backer muss ich den Kopf für den Sack haben. Ich muss schauen, dass ich nicht grosse Metallstücke mit dem Holz zusammen in Schrädern beförteren. Täglich kommen viele Kunden und fahre ihr Salzholz zu uns auf die Waage. Mir gefällt der Umgang mit den Kunden sehr gut. An meinem Job gefällt mir, dass es vielfältig ist und dass man etwas für die Umwelt macht. Ich hoffe, dass ihr noch einen Einblick in unseren Alltag geben könnt. Und bei Interessen bewerbt euch! Ich auch noch ein paar Mal. Ich kann mich nicht mehr über die Welt machen. Ich hoffe, dass ihr euch schämen. Ich hoffe, dass wir uns auf die Welt machen können, dass ihr euch geschickt habt. Vielen Dank.